Nicht nur im Sport können wir etwas gemeinsam bewegen, sondern auch beim Thema Umweltschutz. Wenn das Licht zu Hause ausgeht, dann bitte diese Sachen nicht in den Hausmüll schmeißen, sondern gehen Sie mal auf www.sammelstellensuche.de und dann finden Sie solche Boxen. Und dann werden die dort entsorgt, recycelt, denn bis zu 90% davon sind wiederverwertbar. Also, machen Sie mit, es lohnt sich, gemeinsam kriegen wir uns alles hin.